Hertha und Herzlich Willkommen zu einer weiten Runde Bedrocks wir spielen auf der Karte der Wart und mit dabei ist so schaue warte ich stelle dich ein bisschen lauter so ich nehme mich auf ich habe ich habe auch richtig viele ich lade bloß nicht hoch damit ihr nichts zu gucken habt st das ist geblatt so im Hintergrund hört man die Küche, meine Mikrowelle Mikrowelle, ich glaube ich... warte stopp mit Kiste okay wir haben gewonnen wir haben eine Kiste Kind wir haben gewonnen wir haben eine Kiste ja ja ja, ich bin zufällig dabei baut euch, baut euch, baut euch baut euch, der kann sich glaube ich nicht bauen komm, bau dich, Kind komm, 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 komm springen okay das ist sehr gut, Max, wenn die sind noch... die sind noch... die sind noch... die sind noch... die sind noch nicht... nein, mein Gold mein Gold Mensch moins 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 ich bin das Leben war aber es ist ein Koffer in die Mitte kommt mit Blöcken und mit der Spitzfacke alle dabei je ein von der von den Gegnern ist geliebt die Blöcke die Blöcke die Blöcke die Blöcke danke warte ich habe es ja nur 2 ach ja warte auf pass auf der Ball zum Blauzio ha 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 tschüss 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 jetzt kommen die Blöcke immer von oben einfach durchlaufen komm tschüss wie der einfach nichts gemacht hat einer tot und ich bin auch tot ok bett ist weg und tschüss lel lel ich habe keine Minecraft Sounds ich habe keine Minecraft sounds gewonnen ich habe gerade den Boden Leute, sorry, meine Manker ist... Kann ich noch eine Runde kommen? Komm, zählen dran noch mal. Was, was? Noch eine Runde kommen. Schaffen wir auch. Ich bin zu faul dafür. Na, komm. Ne, ich hänge euch eine Runde hinten dran, die wir mit Shusha früher gespielt haben, die ich aber noch nicht hochgeladen habe. Okay, na dann. Damit ihr was zu gucken habt, weil GOMM ist grad wichtig irgendwie übergefüllt und da wir keine Premium sind, werden wir überall rausgekickt. Und das ist so nervig. Premium ist uns nicht wert. Das kennt ihr, ja. Aber ich denke, wir zocken jetzt noch ein bisschen. Wie viele YouTuberer? Ja, wir sind ja schon Fans hier. Ja, wir sind ja schon Fans hier. Ja, wir sind so ein Dranz-Abbos. Wir sind abbrust, wie voll die Barbrust. Wir sind abbrust, wie voll die Barbrust. Ja, alle Scheiße. Und, ja, sorry, dass die Minecraft-Zone so leise war. Man hat, glaube ich, auf der Aufnahme gar nicht mehr gehört. Und bald kommt ein bisschen Musik von uns. YOLO. Ja, wie heißt das? Magix Music Maker, ne? Irgend so ein Steck, aber... Ja, da machen wir Musik, genau. Da haben wir nichts zu tun haben. Noch ein bisschen so am Ende getalkt. Getalkt! Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim Zuschauer vorbei. Der lädt gleich gleich in der zweiten Folge mal raus. Sorry, wir über spät uns. Und, ja, abonnieren könnt ihr auch machen. Dann kostet ja nichts. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ciao! Das ist ein Arschloch, mit dem ich gerade gespielt habe. Ah! Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars. Heute spielen wir auf der Map Balloons. Und dort liegt, 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 genau das. Liegt mein Rekord bei, wo liegt da mein Rekord? Bei fünf Minuten, glaube ich, bei vier irgendwas. Und, ja, mal gucken, ob wir den knacken können. Ich denke eher nicht, aber, mal sehen. So. Mal gucken, ob wir erst in der Mitte sind. Ich baue mich immer so ein bisschen hoch. Also, komisch. So, wir sind in der Mitte, das ist sehr gut. Ja, geh nur mal rüber, äh, runter, weil ich habe keine Blöcke. Ich krieg lieber den Gegner runter. Hallo, Kinder? Und, los! So, einfach nur durch und das Bett da bauen. Okay, Strussel hat's gecheckt. Oder? Hilf dir Strussel? Heißt einer Strussel? Ja. Er ist Strussel. Langweil. So, dann... So leicht kommen wir also nicht durch. Schade. Schade Schokolade. So, dann probieren wir mal hier ein bisschen Equip. Ja, krieg ich das? Dankeschön. So. Lieber Villager. So, Hotkeen erstmal hier. Hu hu hu. So. Dann bräuchten wir noch... ...etwas Essen. So, ich denke, das reicht. Und... ...Blöcke. Ich denke, ich baue das Bett mal ein bisschen ein. Wenigstens, damit nicht einer mit der Hand durchkommt. So. Hat einer schon einen Bogen. Okay, der wurde erfolgreich eliminiert. So, dann probieren wir mal auf, um das zu bekommen. Ich geh mal zu Rot. So. So. Mal gucken, ob das nicht da reißen kann. Ich hab keine Skipssacke mitgenommen. Na gut, das geht auch so. Alter, wir einfach alle Betten weggehen. Und nur noch wir leben. Nein, ich werd nicht runtergekickt. Alter, wie schlecht ich bin. Okay. Das war doch ganz gut. So. Ich glaube, wir sind wirklich die Einzigen, die nur noch im Bett haben. Könnte das sein? Ich finde so ein Warp-Ding. Dann könnte es ja wirklich ein Rekord sein, neuer. Ja, wir sind blau. Okay. Mal gucken. So, Rot. Komm her. Genau. Kill den mal. Mit dem Bogen. Schieß aber nur mal bitte. Wo ne Bostepad. Das ist Bostepad. Leute, das ist Bostepad. Aber. Das ist mein Key-Mate. Deswegen. Darf er das. So. Wir haben die Mütte. Soll ihr noch ein bisschen mit denen spielen oder einfach mein Rekord machen? Komm, ich mach mein Rekord. Weil ich es natürlich nicht schaffe. Nein. Nicht. Nicht bauen. So. So. Den hätten wir. Und der eine baut sich ganz hoch. Der ist ganz oben. So. Dann kaufen wir uns mal Blöcke. So. Jetzt bauen wir uns auch mit hoch. Ich weiß nicht, ob der jetzt zu uns läuft oder nicht. Der ist hinter uns. Äh. Wir sind hinter ihm. Ah. Ist runtergefallen. Okay. Das geht auch. Und ein neuer Rekord. Sehr gut. Oder? Es ist ein neuer Rekord. Was? Ich hatte noch gestellere Runde. Ich hab gelogen. Max hat gelogen. So. Tsch. Tsch. Aufnahme. Margen. Was? Ja. Noch Werbung gemacht. Ich bin so gut. So Leute. Ich hoffe euch hat keine Runde gefallen. Und. Ja. Lass ne positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und. Vergewaltigt immer schön eure Mitmenschen. Nein. Natürlich. Ironie. Dummheit labern ist auf meinem Miu. Auf meinem Kanal. Standard. Das sollte ich sagen. Oder auf meinem Kanal. Niveau. Keine Ahnung. Ich bin ein. Dummes Kind. Und. Ja. Dann schaut gerne auch mal in die. Etwas älteren Bad Wars Folgen rein. Die sind auch echt gut. Finde ich. Und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.